So, wir haben uns jetzt bei Fans geschnappt und die bekommen gleich die Gelegenheit, mit dem Moon zu sprechen und denen ein paar Fragen zu stellen. Wie heißt ihr und wo kommt ihr her? Also ich bin Dennis Hamm und ich komme aus Epsdorf, das ist in der Nähe von Uelzen. Und das ist mein Bruder, ich bin Benjamin Hamm und komme auch aus Epsdorf in der Nähe von Uelzen. Spielt ihr selber E-Sport oder seid ihr Team Alternate Fans? Also selber spielt mein Bruder zur Zeit WC3, aktiv in meinem Clan. Ich spiele selber in der ESL, Amateur Series spiele ich da und versuche gerade wieder ein bisschen Schwung mit meinem Team zu holen. Na das klingt doch gut. Na dann denkt euch mal ein paar Fragen aus und dann geht es gleich los.